Da ist es. Hier, bitteschön. Moment. Hier, bitteschön. T's und der F's ist typisch für das Modell. Hergestellt von 1907 bis 1924. Ja, da gibt's keinen Zweifel. Eine Royal 5. Ist das ein seltenes Modell? Nein, eigentlich nicht. Ich glaube, bei vielen Leuten verstauben sicher noch welche auf dem Dachboden oder im Keller. Ähm, Kunden. Wirst du Buch über deine Kunden? Oh ja, natürlich. Zumindest über die Zahlenden. Könntest du da mal einen Blick drauf werfen? Ja klar. Ich habe alle meine Bücher im Büro. Das ist schön. Wenn ihr kurz wartet. Ich habe eine Liste aller Kunden, die wegen der Reparatur einer Royal 5 hier gewesen sind. Ja, das würde wirklich helfen. Natürlich. Nur zwei Minuten. Dann bin ich mit der Liste wieder hier. Alles klar. Glauben Sie, der Mörder war hier? Wenn er eine 1920er Maschine hat, hat er sie vielleicht hier reparieren lassen. Warten wir auf die Liste. Genau. Jetzt gehen die Uhren auch noch los. Hm. Ja, nachsehen. Manfred ist schon eine ganze Weile im Büro. Ich sehe lieber mal nach. Deine Gedanken wiederholen sich. Na gut, dann gehen wir mal gucken. Hallo? Manfred? Ihr Anruf ist registriert. Eine Streife ist über ein paar Minuten bei Ihnen. Ich muss Ihren Namen wissen, Herr. Tja? Hallo? Was? Oh mein Gott. Er wurde ermordet. Verdammt. Oh verdammt. Und wir waren hier. Das Fenster ist auf. Keine 24 Stunden auf dem Polizeirevier mit Erklärungen verschwenden. Das stimmt. Und was machen wir? Überleg. Überleg. Sie passen auf. Und ich verwische überall unsere Fingerabdrücke. Es muss schnell gehen. Die Polizei wird jede Minute hier sein. Oh Gott, wo waren wir denn überall dran? Ähm, wir waren an ihm dran. Aber das ist ja... Das Telefon. Da. Ach, na los. Gut. Telefon sauber. Dann waren wir am Fenster. Wir waren... Ja, komm. Wir waren am Glas. An der Flasche glaube ich nicht. Da war nur der Typ selber dran. Aber Lauren war noch an dem Glas. Okay. Dann die Lupe. Die Lupe, die Lupe, die Lupe. Okay. Wir waren am Telefon hinterm Tresen. Und Lauren war noch an so einer Spielfigur dran. Und zwar hier vorne. Okay. Und natürlich die Türklinken vom Laden. Das wäre, glaube ich, das Wichtigste. Wie lange dauert das denn noch? Die Polizei kommt jeden Moment. Ich hab's gleich. Okay. Äh, dann lass uns gehen. Das war's. Fertig. Sind alle weg? Äh, ich denk schon. Wird schon reichen. So können sie uns damit nicht in Verbindung bringen. Und jetzt raus hier. Oh Mann. Was eine Aktion. Ich hoffe, wir haben alles weggewischt. Also, das Opfer wurde ermordet, als Sie im Laden waren. Richtig? Ja, er wollte im Büro etwas holen. Ein paar Minuten später habe ich nach ihm gesehen und da war er schon tot. Sie hätten sofort die Polizei rufen müssen, Mr. Shelby. Das hätte Ihnen diese Prozedur erspart. Ja. Wir hatten mit dem Markt nichts zu tun. Wir waren nur zufällig dort. Ich hatte einfach nur keine Lust, einem Polizisten lang und breit meine Unschuld zu erklären. Wie dem auch sei, Mr. Shelby, bleiben Sie in der Stadt. Und wenn Sie das nächste Mal eine Leiche finden, rufen Sie uns an. Okay? Okay. Ah. Sieh an. Scott Shelby. Wieder mal Ärger? Falsche Zeit, falscher Ort. Du kennst das. Kein Problem. Ich mach das schon. Für einen alten Freund doch gerne. Danke, Carter. Du hast was gut. Bist du grad an irgendwas dran? Nur ein paar Ideen. Nichts Konkretes. Na ja, wenn es mehr als eine Idee wird. Sag mir Bescheid, ja, Scott. Klar. Die beiden kennen sich wohl. Hm. Na, Scott hat ja auch bei der Polizei gearbeitet. Das ist dann natürlich höchstwahrscheinlich. Wo geht's hin? Ich bringe Sie heim. Das wird jetzt zu gefährlich. Oh nein. Wir sind Partner. Wir hatten einen Deal. Vernünftig. Hören Sie, ich weiß, Sie wollen den Killer. Aber Sie bringen sich selbst nur unnötig in Gefahr. Ich bin kein Kind. Ich weiß, was ich will. Den Mörder meines Sohnes. Ich brauch sie nicht. Kalt. Kalt. Was? Greif doch nicht ins Lenkrad. Oh. So bremst man natürlich nicht. Wenn Sie mir nicht helfen, den Missgeld zu finden, dann mach ich es alleine. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Es ist alles meine Schuld. Ich hätte Sie nie mitnehmen dürfen. Scheiße. Ich habe keine Wahl. Ich glaube, ich will sie nur schützen. Das Mädchen ist stur wie ein Esel. Sie bleibt dran, ob mit mir oder ohne mich. Ich bin ein Idiot. Ich laufe ihr lieber nach. Und zu guter Letzt Verständnis. Ich kann sie nicht so zurücklassen. Sie würde alles tun, um den Mörder ihres Sohnes zu finden. Na los. Hör sie zurück. Lauren! Er fehlt mir. Er fehlt mir so sehr. Ich würde alles tun, um ihn wieder in meinen Armen zu halten. Nein. Ich würde es nicht so schwer. Ich würde es nicht so schwer. Ich würde es nicht so schwer. Dann geht's wohl als Partner weiter. Wir haben einen neuen Bonus und wir spielen weiter mit Ethan. Ethan Moss. Ein verzweifelter Vater. Donnerstag, 11.15 Uhr. 85,5 mm Niederschlag. Wir sind an der Wohnung des Typen, den wir umbringen sollen. Ja. Sind Sie bereit zu töten, um Ihren Sohn zu retten? Wir schauen erstmal rein. Ja, was willst du denn? Ach, scheiße. Ich hab tausendmal gesagt, ich will hier keine Junkies haben. Ich bin kein Junkie. Nein, 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 nein. Ich versuch's. Was willst du? Stoff? Kohle? Sag mir, was du brauchst. Wir machen einen Deal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt geht's aber los. Oh. Nein. Nein. Huch. Oh Mann. Hier geht's richtig rund, Leute. Ich kann dich hören, Kunde. Puh. Der will uns umbringen, der Typ, der... Ein Kinderzimmer. Der Typ hat Kinder. Was? Oh mein Gott. Du kannst alles haben. Ich hab Stoff. Ich hab Geld. Willst du Stoff? Bitte. Bitte, erschieß mich nicht. Ich hab Kinder. Sind meine Mädchen. Das ist Sarah. Und die Kleine ist Cindy. Bitte, Mann. Mann, ich will sie wiedersehen. Bitte. Bitte, bitte nicht schießen, du. Wow. Ähm. Ja. Stopp. Pause. Also, jetzt müssen wir mal überlegen. Ich bin ja schon wieder total aufgewöhlt, weil das hier schon wieder so eine hektische Hin- und Herjagd war und alles... Oh, das ist alles so aufregend. Ähm. Ja. Der Typ hat eine Familie. Er hat kleine Kinder. Zwei Stück davon. Auf der anderen Seite ist er ein Drogendealer. Hm. Und vor allem sind wir selbst bereit. Ist Ethan bereit, wirklich einen Menschen zu töten, ein Mörder zu werden, wenn er nicht schon einer ist, laut den Verdächtigungen der Polizei? Ähm. Können wir uns das jemals verzeihen? Also, ich weiß nicht. Also, ich weiß nicht. Also, nicht verzeihen. Ähm. Können wir diese Schuld, diese Last, den Rest des Lebens auf uns tragen? Natürlich wollen wir unseren Sohn retten. Das ist klar. Aber müssen wir dafür diesen Mann umbringen? Wollen wir zwei kleinen Mädchen den Vater nehmen? Wir haben schon einige Buchstaben. Das haben wir. Hm. Als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, habe ich den Typen umgelegt. Ich würde gerne das andere versuchen, aber ich möchte auch erst eure Meinung wissen. Schaut nochmal in die Spielregeln. Entscheidet euch dann. Oder schreibt eure Meinung dazu in den Kommentaren. Das würde mich jetzt sehr interessieren. Gut. Dann machen wir hier nächstes Mal weiter, bis ihr euch entschieden habt und bis dann. Bis zum nächsten Mal bei Heavy Rain.